Berlin, Weberwiese, 11 Uhr. Hunderte Demonstranten starten von hier zu einem verbotenen Marsch durch die Hauptstadt. Unsere Reporterin will herausfinden, was die Menschen auf die Straße treibt. Warum demonstrieren Sie heute? Weil ich als gesunde Frau mich nicht einschränken lasse. Sind Sie geimpft? Never. Warum? Ich lasse mir keine Ruhe injizieren, von der ich nicht weiß, ob ich in 5 oder 10 Jahren an Krebs erkrank. Was macht ihr mit unseren Kindern? Das ist ein Verbrechen, 12-Jährige zu impfen. Die haben ein gesundes Immunsystem. Sind Sie geimpft? Nein. Ich werde mich auch nie impfen lassen. Warum? Weil das ein Verbrechen an der Menschheit ist. Warum lassen Sie mich impfen? Weil ich keinen Grund sehe. Ich bin gesund. Aber es gibt ja sowas wie einen Solidaritätsgedanken, oder? Das ist meine Solidarität mit allen gesunden Menschen auf dieser Welt. Aber je mehr Menschen sich impfen lassen, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass sich viele Menschen infizieren. Wer sagt das? Die Wissenschaft. Die Wissenschaft, okay. Meine Wissenschaft sagt was anderes. Haben Sie Ihre eigene Wissenschaft? Ich habe nicht meine eigene Wissenschaft, aber ich habe einen gesunden Menschenverstand und ich habe ein Bauchgefühl. Auf den Intensivstationen liegen laut RKI jetzt zum größten Teil ungeimpfte Menschen. Sagt wer? Das RKI. Oh, das RKI. Von der Bundesregierung bezahlt, nicht unabhängig. Die Demo wurde offiziell untersagt. Das interessiert die Teilnehmer wenig. Das ist keine Demo. Wir gehen hier spazieren. Die Demo ist verboten. Was ist das dann hier? Wir gehen spazieren. Die Polizei greift durch, konfisziert eine Lautsprecheranlage. Auch uns gegenüber sind einige Demonstranten aggressiv. Die Polizei lässt den verbotenen Aufzug gewähren. Die Leute ziehen unbehelligt durch die Stadt. Schließt euch an! Schließt euch an! 16 Uhr. Tausende Demonstranten haben sich am Leipziger Platz versammelt. Hier findet eine angemeldete Veranstaltung statt. Die Impfskepsis ist groß. Sie werden sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen? Niemals. Warum nicht? Nur bei meiner Leiche. Warum nicht? Weil es nichts bringt. Weil diese Impfung keinen Schutz bietet. Weil diese Impfung Nanopartikel enthält, die hochgiftig sind. Warum soll ich mir so was in einen gesunden Körper spritzen lassen? Das macht keinen Sinn. Ortswechsel. Die Intensivstation der Uniklinik in Bonn. Die Mediziner kämpfen tagtäglich um Menschenleben. Seit zwei Wochen steigt die Zahl der Corona-Patienten hier wieder. Andreas Eich ist seit 25 Jahren Intensivpfleger. Er weiß, was Corona für Folgen haben kann. Wenn man mal die Menschen hier gesehen hat und die Angehörigen auch und was passiert und auch wenn sie versterben, das ist schon echt bitter. Das ist richtig krass. Andreas Eich kümmert sich aktuell ausschließlich um Corona-Patienten. Dieser Mann ist Mitte 40 und nicht gegen Corona geimpft. Vor drei Tagen kam er mit Symptomen eigenständig in die Klinik. Innerhalb weniger Stunden wurde er so schwer krank, dass er jetzt beatmet werden muss. So, nicht erschrecken. Ich hebe sie mal ein bisschen nach oben. Eins, zwei, Viertel vor drei. Okay, prima. Der Leiter der Intensivstation, Professor Christian Putensen, erzählt uns, von insgesamt 23 Covid-Patienten sind aktuell neun auf der Intensivstation. Sieben von ihnen sind nicht geimpft. Also die schweren Verläufe beobachten wir derzeit bei den nicht geimpften Personengruppen. Und dazu gehören offensichtlich auch die Jüngeren. Zurück in Berlin. Wir zeigen die Bilder von der Intensivstation den Demonstrierenden. Glauben Sie den Aufnahmen oder was denken Sie darüber? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Weil in Deutschland jede Menge Leute geimpft sind, die in den Krankenhäusern inzwischen liegen. Und dass eine Station jetzt rausgesucht wurde, wo nur Ungeimpfte liegen, ich habe da ehrlich gesagt Zweifel dran. Laut RKI ist der Großteil derer, die auf der Intensiv liegen, ungeimpft. Das ist eine Verschwörungstheorie von Ihrer Seite, würde ich sagen. Ja, ich meine, kann ja sein, dass das Ungeimpfte sind, die da liegen. Aber diese Bilder bringen Sie dann im Fernsehen um, den Menschen Angst zu machen. Das spaltet Familien, das, ja, das spaltet, meine eigene Familie ist gespalten, ja. Weil ein Teil hat sich impfen lassen und ein Teil nicht, sodass die Leute nicht mehr miteinander reden können. Das haben sie geschafft. Auf der Demo hören wir auch abstruse Vergleiche zum Dritten Reich. Der Impfzwang, impfen, 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 wie ein Wahn. Wir sind wieder da, wo wir mal waren, im Dritten Reich, beziehungsweise in der DDR. Ich glaube, da war es beinahe nicht so schlimm wie jetzt. Sie vergleichen die Zeit des Dritten Reichs mit der Demokratie heute? Ja, weil die Demokratie wird ja abgeschafft. Wir werden ja immer mehr eingeschränkt. Und vor allen Dingen die Ungeimpften kriegen ja den Stempel und werden immer mehr praktisch unterdrückt. Glauben Sie, das Schicksal der Juden im Dritten Reich ist ähnlich derer, die sich jetzt sozusagen nicht impfen lassen wollen? Ja, ich finde es schon. Ich habe Reden von Hitler gehört. Also da konnte man keinen Unterschied machen von Reden von heutigen Linken und was Hitler damals geredet hat. Gewagter Vergleich. Bitte? Gewagter Vergleich. Nein, Sie müssen sich Hitler mal anhören. 18 Uhr. Die Polizei fordert die Menschen mehrfach auf, den Platz zu verlassen. Ich wiederhole nochmal den Hinweis, dass die Versammlung hier auf dem Leibnachplatz beendet ist und Sie die Ehrlichkeit zu verlassen haben. Zahlreiche Demonstranten bleiben dennoch. Es kommt zu Festnahmen. Die Stimmung heizt sich auf. Die Beamten werden beschimpft und bedrängt. Das kann unser Staatsschutz. Großen Scheißer. Das könnte euer Vater sein. Nichts normal. Die Polizei antwortet mit Reizgas. Die Menge treibt die Beamten vor sich her. Händen ab! Händen ab! Schließt ihn ab! Händen ab! Schließt euch an! Händen ab! Schließt euch an! Wir haben doch eine Demokratie zu verteidigen. 19 Jahre habe ich dem Staat bedient. Ich bin freiwillig ausgestiegen, weil diese Anweisungen verfassungswidrig sind. In den Abendstunden gehen die Leute nach Hause. Fazit des Demotages, 119 Festnahmen und 47 Strafermittlungsverfahren.